Covid-Verordnungen sind Veranstaltungen und Kundgebungen im Moment verboten. Diese Kundgebung verstört gegen das Veranstaltungsverbot. Ich fordere Sie auf die Veranstaltungen und die Örtigkeit. Die Örtigkeit in den Autoren sind in den Veranstaltungen. Eine ganz Sprache! Die Örtigkeit für die Örtigkeit ist die Örtigkeit! W WAITNESSEN! W AITNESSEN! FASCESEN! WI., WI., WI. WI., WI. 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 WI, WI. Applaus Applaus